was geworden ist wenn sie mal hält jetzt erst mal den ball ist das die chance mit ganz viel gefühl hier noch mal die entstehung dieses treffers die flanke kommt rein und dann macht er das geschickt setzt den lupfer genau im richtigen moment er kann natürlich zufrieden sein mit dem was seine mannschaft die heute zeigt deutliche führung genau so hat er sich das erhofft